Willkommen zurück, Leute, zu Banjo-Kazooie. Ja, wir stehen dem kleinen Finale bevor und ja, das wird sich hier befinden. Oh mein Gott, das Rätsel. Ich bin ein wenig nervös. Das könnte sich als Extrem... Das kann sehr schwer werden, ja. Das kann wirklich sehr, sehr schwer werden. Willkommen, Grundtilda ist mein Name. Es spielen der Bär und die Vogeldame. Da steht der Held, der sich bis zum Quiz gequält. Jetzt geht es einmal noch hoch her. Für die beiden wird es jetzt zu schwer. Wunderschöne Preise locken. Wollt ihr in der Stube hocken? Mein kleines Quiz ist wunderbar und Tutti bleibt für immer da. Der Weg ist lang und schwer. Euer Pech, ihr freut mich sehr. Bald nimmt ein Lava-Bad der Bär. Das Bild wird sicher legendär. Nun lauft auf das Brett und drückt da. Dann wird es nett. Ich glaube, wir haben nicht mal volle Energie, oder? Das wäre natürlich ein bisschen scheiße, weil eigentlich brauchen wir... Oh, nicht mal volle Energie. Wisst ihr was, Leute? Ich besorge mal ganz schnell offscreen. Offscreen werde ich jetzt mal ganz schnell ein bisschen Energie besorgen. Wir sehen uns gleich. Ich sehe, der Kleine ist zurück. Verlassen wird ihm gleich das Glück. Ja, Leute. Nun geht's los. Schwierige Fragen und so. Ja, schauen wir mal, ne? Wie es klappt. Eine kleine Antwort betreffend des Spieles. Ich rede es jetzt nochmal vor. Auf welchem Instrument übt sich die Geisterhand als Musikant? E-Gitarre, Orgel oder Piano? Ich würde sagen, das ist die Orgel, Mann. Das haben wir nochmal geschafft. So, hier müssen wir irgendwie ein Bild, ne? Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Oh, ey, das könnt ihr... Boah, was ist das? Wo ist das? Klanker's Cavern. Rusty, ich würde Rusty Bucket Bay sagen. Falsch. Ja, und wenn wir einen falschen haben, verlieren wir Energie. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Oh Gott, das könnte echt... Ich weiß es nicht. Dann ist das doch Klanker. Könnte aber auch Mad Monster Mansion sein. Das ist doch das Klo. Das ist das Klo. Das ist das Rohr vom Klo. Ja, okay. Gut, mein Fehler. So, dann haben wir auch die Möglichkeit hier auf diesen Feldern wäre die Grund-Tilder-Frage. Die sollten wir nach Möglichkeit umgehen. Weil, äh, das Problem ist, wir haben ja gar nicht mit Brent-Tilder gesprochen und das hätten wir uns womöglich auch aufschreiben müssen und so. Das ist ziemlich... Ziemlich heftig. Ich stelle dich nicht so an. Was ist unten in Klanker's Cavern an Klanker's Kette dran? Ich glaube, ein Amboss, ne? Yo. Oh, ich habe echt Angst, dass wir hier nicht durchkommen. Gerade hier so ein Kram ist schwierig. Viele Töne wirst du blablabla. Sage mir ganz ohne Hohn, aus welcher Welt stammt dieser Ton? Klanker's Cavern. Klanker's Cavern, Mann. Auf jeden Fall, ja. Weiß ich doch. So. Hier können wir uns einen Joker erspielen. Wenn das Köpfchen zu sehr raucht, äh, ja, bla. Sage mir ganz ohne Hohn, aus welcher Welt stammt dieser Ton? Okay. Bubble Gloop Swamp. Ich meine, hier mit den Fröschen, das kann nur der Bubble Gloop Swamp sein, oder? Ja, Mumus Mountain ist es nicht, ne? Und Bubble Gum Mountain, den gibt's nicht. So einfach ist das. Man kann auch, wenn man ein bisschen Glück hat, ein bisschen ausschließen. So, für jeden Joker, den du nutzt, wird eine Frage weggeputzt. Drücke B, um den Joker zu nutzen. Ja, wir sollten nach Möglichkeit versuchen, ein, zwei Joker einzusammeln. Weil es gibt auch Fragen, die Instant Kill sein können. Und da kann alles passieren. Also, da kann jede mögliche Frage kommen. Zum Beispiel auch Grundhilda Fragen. Und das wäre natürlich böse. Und du kannst nur sagen, wo das hier ist. Okay. Ey, das ist mein... Ich find das schwer. Ja, ich erkenne da... Es ist eine Tür, würde ich sagen. Könnte auch eine Kiste sein. Das ist wahrscheinlich Trissertrofkopf, oder? Ja. Ausschlussverfahren. Verrate mir, was für ein Tier macht Mumbo im Clicklockwood aus dir? Eine Schnecke, eine Biene, eine Schnecke, eine Biene, ein Eichhörnchen. Ach, ein Clicklockwood. Ich dachte, ein Mumbo ist Mountain. Deswegen, das hat mich jetzt gerade ein wenig verwirrt. So, hier müssen wir echte Aufgaben schaffen. Deine Hoffnung will ich dämpfen. Denn hier musst du kämpfen. Ja, hier müssen wir tatsächlich irgendeine Aufgabe machen, die wir schon mal bestanden haben. Nur ein schneller. Den Namen des Spieles rückwärts schreiben. Da wirst du auf der Strecke bleiben. Das ist richtig. Darf ich das sehen? Kazooie E. Nein, ich nehme das E. E. I. Kazo. Doppel O. Das kann ich mir auch nie merken. Selbst wenn ich den Titel hier schreibe. Denke ich jedes Mal. Wie schreibt man es nochmal? Z. A. Wo ist das K? 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 Jetzt sind wir bei Banjo, ne? Banjo, J, 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 J ist da hinten. Ban. N, 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 N. Wo ist das N denn? Ich sehe das N nicht. Ah, scheiße. Da ist noch ein A. Und das B, das B, das B, das B, das B, das B, das war ihr. Boah, wie ihr seht, das ist echt knapp bemessen, Alter. Das ist knapp bemessen. Das ist nicht so einfach. Das ist auch schon beinahe Joker-Potenzial. Energie sollten wir uns natürlich aufsparen. Ja, müssen wir halt hier lang. Hilft ja nichts. Du bist in Rusty Bay gewesen. Was hast du an der Wand nicht gelesen? Oh, toll 7, toll 7. Weiß, weiß ich. Toll 8 habe ich bestimmt nicht gelesen. Echt? Toll 8 habe ich gelesen? Die Menge oft auf deinen Versagen. Ja, ich fresse einen Besen. Was ist auf den Fässern im Keller von Mad Monster Mansion zu lesen? Boah. Zerbrechlich? Ich weiß es nicht. Dann war es 1881. Oh, shit, man. Eine Frage kommt mir in den Sinn. Was ist denn Rusty Bucket Bay am Kran in der Kiste drin? TNT? Oh. Ist das nicht so einfach? Ja, da ist ein Todesfeld. Gibt es denn hier irgendwo noch ein schönes... Oh, das will ich nicht spielen, aber ich muss ja wohl, wa? Und was... Oh, fuck. Haue die Bienchen über den Haufen, bevor die Zeit ist abgelaufen. Nein, das war dumm. Nein, es geht nicht. Ich will... Ich will doch... Ich will doch... Hallo? Willst du mich verarschen, oder was? Der macht es nicht. Der macht nicht, was er soll. Der macht nicht, was er soll. So. Alter. Ey, ich kriege ihn ja zusammengebrochen. Da hat der Eiskart nicht das gemacht, was ich wollte. Ich habe doch jetzt noch nicht die ganze Energie ver... Doch, habe ich. Krass, da habe ich jetzt echt die ganze Energie verloren. Cool. Dann sammeln wir mal alles ein, was wir so hier haben, ne? Das ist noch nicht allzu viel. Oh, shit, man. Okay, Grundtilderfelder können wir auch mit ein bisschen Glück machen. Im Zweifelsfall. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Oh, bitte lass nicht so schwierig sein. Bubblegloops Swamp. Ja, das sieht man. Das ist Mombos. Nein. Es könnte aber auch Mad Monster Mansion sein. Ja, aber glücklicherweise das Ausschlussverfahren läuft. So, was ist das hier? Einen dieser Räume gibt es in Mad Monster Mansion nur in einem meiner Träume. Küche. Badezimmer. Keller. Ne, Küche gibt es da nicht. Hieße? Bewusst nicht. Ein Ton. Ja, komm. Rate schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen... Oh, das ist schwer. Boah, ich weiß das nicht. Miss Susa, der Piranha. Terminator, der Alligator. Mr. Wheel, das Krokodil. Ja, okay. Das ist natürlich geil, wenn sie gar keinen richtigen dabei haben, ne? Das ist die Frage. Setz hier mal einen Joker ein. Kannst du mir sagen, Sonnenklar, welcher Ausgang über den Bubblegloops Swamp ist wahr? Was? Ach, Aussage. Es gibt Frösche in zwei verschiedenen Farben. Es tauchen zwei Krokodile auf. Bottles zeigt zwei neue Moves. Ach, dann war es doch zwei verschiedene Krokodile. Ich war mir nicht sicher, Mann. Ich war mir nicht sicher. Im Krokodil wächst die Eiche wunderbar. Nur welche Aussage ist wahr? Das Eichhörnchen ist im Winter immer draußen. Die Blätter sind im Sommer am größten. Das Gras ist im Herbst am höchsten. Blätter sind im Sommer am größten, oder? Ja, Gott sei Dank, Mann. Oh, shit. Schaue rechts und links. Wie viele Teppiche fliegen in Gobis Swings? Ähm. Vier, oder? Nein! Oh, das gibt es doch alles nicht. Wie viele Felder die Luftanzeige hat, weißt du doch sicher glatt. Fünf. Auch. Ich kotze. Ich kotze. Ich kotze. Ich kotze. Ich kotze. Jetzt muss ich mal was schaffen hier. Leichte Fragen hier zuhauf. Wie viele Puzzleteile machen die Tür zum Moves Mountain auf? Eine. Oh, Gott. Danke. Ey, we are in serious troubles, ne? Du weißt leider nicht allzu viel, doch kennst du diese Figur aus dem Spiel? Ja. Die kenn ich. Boogie. Der heißt Boogie. Boogie, Peggy, Soggy, Boogie. Gott im Himmel. So, wir haben drei Joker. Three Jokers. We need more Jokers. Eigentlich so. Ich brauche mehr Energie. Das ist gerade mein allerschlimmstes Problem. Ich brauche Energie. Ich habe keine Energie. Und wenn ich hier weggehe, bin ich halt, muss ich neu starten. Das bringt es mir. Ich kann jetzt auch nicht. Ich... Fuck, ey. Oh, scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wir können... Ey, es ist alles scheiße. Egal, wo wir lang gehen. Das ist richtig, richtig scheiße. Wo sind die wenigsten Todesfallen? Das wird nichts. Das wird nichts. Ich habe es verkackt. Ja, komm. Glück muss es haben. Andere schlafen im Bett. Wo finde ich es nachts denn nett? In einem Schweinestall, in einer Mülltonne, in einem Nagelbett, in einer Mülltonne. Bitte, bitte, bitte. Ja, da musst du Glück haben. Oh Gott, bald wird es donnern mit Gerumpel. Wer war in der Schule? Mein bester Kumpel. Ich kann nur raten. Der Hausmeister. Nein. Ja. Da guckt er, ne? Ist das nicht super? Ich sehe, der Kleine ist zurück. Ja, wir dürfen es neu machen. Und wir machen es jetzt auch noch einmal neu. Ach, komm. Man könnte es doch sonst nicht. In der Rusty Bay ein Lagerraum. Wie viele Kisten musst du halten im Zaum? Boah, das sind voll viele. Weiß ich nicht. Es teilt sich einmal in drei. Dann teilt es sich insgesamt in, äh, sieben. Halt, ich wollte, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Ich war doch nur zufälligerweise drauf. Wie viele Noten brauchst du dafür, um zu öffnen die erste Tür? 50, wa? Bei 75 erschien mir jetzt zu viel für die erste Tür. So, bitte, lass es alles gut gehen. Wenn du kein ganz dummer bist, dann bla bla bla. Wo das hier ist? Äh, ich würde sagen Mumbo's Mountain, oder? Würde ich sagen. Ist jetzt die Frage, ob er mir das vorschlägt. Wenn er mir das vorschlägt, ist das Mumbo's Mountain, ja. Ah, das ist echt nicht einfach, liebe Leute. Das ist echt nicht einfach, könnt ihr mir glauben. Meine Frage, die ist heiß. Der Wüsten-Kaktus spendet welchen Preis, das weiß ich. Eine leere Honigfarbe. Gut. Das ist diesmal auch ein bisschen leichter. Man kann Glück haben, ne? Welche Aktion der freche Vogel bringt, wenn diese Melodie erklingt? Das sind, äh, die, die, äh, Gummistiefel. Das sind dort die Gummistiefel. Ja, klar. Ich hab übrigens den Sound ein bisschen laut. Weil ich, äh, solche Geschichten jetzt halt gut hören muss, ne? Da dachte ich mir, komm, drehst du mal alles voll auf. So, Joker-Frank, alles kann passieren. Heißt der nicht Godzilla auf Mumbo's Mountain der Gorilla? Nein, der heißt Konga. Okay, es läuft bis jetzt besser. Es läuft bis jetzt besser. Das kann man gar nicht abstreiten. Ah, wir können uns... Ja, komm, ab geht's. Wenn du kein ganz dummer bist, ja, bla bla bla. Ja, wo ist das denn, hä? Was, was willst du mir denn zeigen? Das ist... Boah, das können zwei... Das, das ist, äh, das ist diese Mario-mäßige Ding. Das ist in der Treasure Trove Cove. Genau, ich wollte auch sagen, es könnte auch in Gobis Valley. Ja, Mann, das... Genau, das war so mein Gedanke. Äh. Ja, zeig doch mal. Es dauert immer so... Das ist aber jetzt die Treasure Trove Cove. Das weiß ich. Das ist von unten, das, äh, Schiff. Oder, beziehungsweise nicht ganz von unten. Wir stehen auf dem Schiff und gucken nach oben. Ah. Ich finde, für besonders schnelle Antworten sollte man einen Bonus kriegen. Irgendwie sowas. Kannst du sehen, wie viele Pyramiden in Gobis Valley stehen? Ich würde sagen, maximal drei. Nicht! Fuck, Mann! Das gibt es doch echt... Das kann doch nicht wahr sein. Bin ich denn wirklich so schlecht? Ich kann doch nicht so unglaublich schlecht sein. Der alte Käpt'n an der Treasure Trove Cove. Warum heult er? Ich weiß es. Er verlor sein Gold. Richtig. Richtig. Kann doch nicht so schlecht sein. So, jetzt ist wieder Scheiß-Dings-Aufgabe hier. Oh, nein. Und die sagt mir nicht mal, was los ist. Also muss ich es nicht falsch rumbuchstabieren? Wo ist das I? Oh, jetzt schon gelitten. Jetzt schon komplett gelitten. Okay, ich soll es richtig rumbuchstabieren. Das ist ja noch... Hä? Ach, fuck, Mann! Oh, ja, toll. Oh, ja, das kann ich nicht mehr schaffen. Ihr wisst ja, wie knapp das zeitlich war. Wo war das K? Da. Hä? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Banjo, K... Habe ich das A noch nicht gedrückt? Shit. Ja! Kann man neu machen, ne? Da verliere ich jetzt hier halt meine eine Honigwabe. Das war ja schon ein Start der... Ja, schon die Geschichte eines Schlechtseins. Oh, das Puzzle. Das ist doch ganz nett. Passen müssen immer zwei, doch die Zeit ist bald vorbei. So. Machen wir mal eben kurz so. Kriegen wir sogar Energie. So, Mumbo. Ei. Jinjo. Jinjo. Okay. Honigwabe. Banjo. Note. Feder. Oh, bis jetzt läuft es nicht so geil, ne? Kazooie. Feder. Feder war hier. Scheiße. Was ist das? Mumbo. Fuck, 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 fuck. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das wird ganz schön eng. Das wird ganz schön eng. Vor allen Dingen, weil ich vieles schon nicht mehr weiß. Aber das weiß ich. Okay. Ja, doch. Komm, das klappt. Banjo. Der war hier. War der hier? Oh, das war Glück. Das war Glück. Ja, ist das? Okay, gut. Das gute alte System. Läuft. Okay, bin ich zufrieden. Und wir haben sogar noch ein bisschen Zusatzenergie bekommen. Das ist natürlich ziemlich geil. Aber wieder volle. So. Der Affe auf Mumbo's Mountain ist fürchterlich. Womit bewirft er dich? Mit Orangen. Easy peasy. Ja, das ist jetzt natürlich scheiße, ne? Muss man einfach so sagen. Was kommt? So. Kasu, je. E. I. Kanso, Kanso. Mit Doppel-O. Das wissen wir ja jetzt mittlerweile, ne? Sollte man meinen. Das Z war irgendwo hier. Wo war das Z? Da. Ach, scheiße. Aber diesmal brauche ich auch nicht den Fehler mit dem A. Ich weiß ja, dass das A da ist. Und hier ist irgendwo das K. Genau. Ben. Joe. Das J war da hinten. D, 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 d. Ben. Joe. Das N war, glaube ich, hier irgendwo, ne? Oh, scheiße. Ne, da. Ben. Joe. Ben Joe. Ja. A. Und jetzt noch das B. Alles easy. Oh, geil. Okay. Ohne große Probleme. Das ist nett. Das ist nett. Das ist nett. Haben wir da sogar noch einen Energiefalken für den Zweifelsfall. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Jo, mache ich. Lass es nicht so schwer sein. Das ist der Bubblegloops Swamp. Das erkenne ich doch direkt. Das ist auch ein bisschen sehr einfach, ne? Aber es muss ja auch mal zwischendurch sehr einfach sein. Weil das ist ja auch teilweise echt bockschwer. Ja, wenn du da so einen Scheiß hast, gleich zu wetten. Jetzt kommt wieder richtiger Dreck. An der Treasure 12 Cove. An einem Ort ist kein Jinjo dort. In einer Schatztruhe ist ein Jinjo. Unter dem Pia am Start ist ein Jinjo. Auf einer Palme ist kein Jinjo. Doch in keinem... Ah, okay. Dann ist kein Jinjo in der Kiste. Kann auch sein, ja. Hörst du auf den Fässern im Keller von Mad Monster Mansion zu lesen? Ja, ist natürlich jetzt geil, weil wir das schon alles hatten. Okay, gut. Ich dachte schon, wenn das jetzt hau ab wäre, ich hätte... Rechengegenstand musst du vom Boden heben, um diesen Ton zu erleben. Boah, weiß ich nicht. Eine leere Honigfarbe? Oh, Gott sei Dank. Ja, hätte auch was anderes sein können. So. Wie viel Energie habe ich hier rumliegen? Eine? Nur eine? Krass, nur eine einzige. Ja, jetzt ist so ein bisschen die Frage. Mache ich die Grunty-Frage? Versuche ich es einfach? Oder... Wenn das zu viel Energie kostet, wäre es scheiße, ne? Aber... Ich brauche die... Ich brauche die Joker einfach. Knuddeln tue ich fast nie, doch wenn, dann wohl mit welchem Vieh? Mit einer Voodoo-Puppe? Mit einem Totenschädel? Mit einer lebenden Kobra, meinetwegen? Ey, das ist einfach zu random. Da kannst du nur raten. Ja, scheiße. Dann muss ich da halt so drüber. Klenker heißt der Wahl. Welcher Job macht ihm das Leben zur Qual? Er ist ein Müllstack-Kleinerer. Ja, das weiß doch jedes Kind. Die Grunty-Frage sind so scheiße, ey. Das Eichhörnchen im Klik-Logwood auf dem Baum. Von welchem Hobby lässt es kaum essen, oder? Eicheln futtern. Ja, gut. Das hat er aber nie so gesagt, dass es ein Hobby ist, oder? Wüsstest jetzt nicht. Vor Angst ist sie ganz klein. Wie nennt sich dein kleines Schwesterlein? Ne, komm. Das ist jetzt echt so einfach. Dankeschön. Ein geschenktes... Geschenkte zwei Joker. So, ich überlege. Ich überlege, liebe Leute. Wir gehen, glaube ich... So oder so ist alles scheiße, ne? Das ist alles richtig scheiße. Und da sind zu viele Grund-Tilder-Fragen, die da kommen. Hier aber halt auch. Hier komme ich auch nicht an den Grund-Tilder-Fragen vorbei. Und der Joker da hinten... Vor allen Dingen das Ende. Das sind Instant-Deaths. Das ist Instant-Death, Mann. Wenn ich da draufkomme und es nicht schaffe, dann habe ich verkackt. Und da kann halt eine Grund-Tilder-Frage kommen. Ich glaube, ich werde dann eventuell doch die Option des Safe-States nutzen. Ich weiß es nicht. WTF, ey. Na komm, dann erst mal hier vorbeischummeln. Ähm. Ja, die Energie brauche ich eh. Oh, hier jetzt einfach aufs Beste hoffen. Einen Glücksbringer ich trage. Was ist denn das? Ist das die Frage? Stinkt ihr, Schwanz? Nein. Ja, wie gesagt, das ist halt einfach nur Luck. Ein Jüngling mir gut gefiel. Er hatte Charme und Stil. Kein Spaß. Oh, ich habe da auch einfach Pech bei sowas. Die bunte Hexenwelt. Den Kesselkurier. Komm, bitte. Oh. Oh. Scheiße. Ich kann den Joker doch auch dafür nicht einsetzen. Aber ich komme hier einfach nicht dran vorbei, Mann. Meine tolle Band ist weltbekannt. Wie habe ich sie bloß genannt? Krantys Schürzenjäger. Also, ne? Nur mal so. Das können alle drei immer sein. Und das ist halt... Oh, Mann. Wisst ihr, wenn man das bei anderen guckt, ne? Die lacken sich da einfach so durch. Ach ja, man kriegt dich. Haha, Glück gehabt. Wie wird denn nun die musikalische Geisterin im Bad Monster Mansion genannt? Ich habe jetzt übrigens, äh, Mozant. Mozant heißt die. Ich habe... Ich habe jetzt gerade den Joker eingesetzt, ne? Weil ich da ja... Ich komme da ja nicht dran vorbei. Ich komme da ja nicht dran vorbei. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Fuck off, ey. Bubblegloops Swamp. Ja, weiß ich. Ist doch leicht. Ja. So. Äh, Mad Monster Mansion. Entschuldigung. Habe ich jetzt Blödsinn erzählt. Ja. Kommt mal vor, ne? Wenn du kein ganz Dummer bist, dann... Bla, bla, bla. Ja. Das ist jetzt aber die Mad Monster Mansion, oder? Das würde ich schon so jetzt als Mad Monster Mansion ansehen. Ja. Gut. Ein Ton erraten. Das wird dir auch super leicht. Rate schnell und sei nicht bang. Wer gibt von sich diesen Klang? Konga, oder? Konga, ja. Konga, der Gorilla. Ich meine, wer soll es sonst sein? Das ist ziemlich eindeutig. So. Das ist die Sache. Ich muss ihn da halt einsetzen. Und hoffen. Der Schlangenbeschwörer eine Hilfe ist. Doch welche Bezahlung er ungern vermisst, sind Eier. Ja. Einige blaue Eier. Ja. Fuck, ey. Jetzt habe ich halt wieder zwei, aber... Ich spüre heute Grichte. Was gibt es in Frizzi Peak nicht? Weihnachtsstollen, Weihnachtsgeschenke, Weihnachtsstollen gibt es da nicht. Oh, bitte lass was Leichtes sein. Bitte lass was Leichtes sein. Okay, okay. Ja gut, ich weiß ja diesmal... Diesmal drücke ich den Knopf nicht falsch. Oh, oh. Oh, das reichte so gerade. Das reichte so gerade. Das war ganz schön eng, habt ihr gemerkt, ne? Welchen Gegenstand musst du vom Boden heben, um diesen Ton zu erleben? Ja, sag an. Das ist ein Extra-Leben gewesen. Das war ein Extra-Leben. Oh, ich ahne Fürchterliches. Ich ahne Fürchterliches. Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Das ist... Genau... Ja. Hm. Das ist schon ein bisschen sehr schwer, ne? Was habe ich denn zur Auswahl? Ich hätte auch den Bubblegloops Swamp gesagt, tatsächlich. Und das ist es nicht. Oh. Fuck, Mann. Ja, komm. Nächster Versuch. Du weißt leider allzu viel, ich doch kennst du diese Figur aus dem Spiel. Ja, zeig her. Das ist Klänker. Hättest du mir nicht gerade eben schon so eine Frage stellen können, Mann? Das wäre echt... ...mehr als nett gewesen. Hm. Klinker, Klunker, Klanker. Ja, Leute. Jetzt bin ich so ein bisschen in der Versuchung, ne? Wir sind in der Bredouille. Ich muss hier rüber. Ich will aber eigentlich den... Ich brauche zwei Joker da hinten. Eigentlich brauche ich drei Joker da hinten. Eigentlich brauche ich drei Joker da hinten, ja. Das steht außer Frage. Das steht außer Frage. Ja, hilft ja alles nichts. So, komm. Was macht Mumbo, wenn im Klick-Lock-Wald der Winter ist so bitterkalt? Er sitzt vor dem Kamin. Er ist nicht da. Er baut Stehmänner. Er ist nicht da. Wollte gerade sagen. Ich habe gerade drüber nachgedacht, ob mir das Ding irgendwas gesagt hat, wo der hin ist. Aber das hat es ja gar nicht, ne? Wenn du kein ganz Dummer bist, dann sage mir, wo das hier ist. Ja. Das ist Mumbo's Mountain, ne? Das ist dieser Stonehenge-Verschnitt bei Mumbo's Mountain mit einem Puzzleteil und einem Jinjo und vielen schönen Sachen. Und eine Bottles-Fähigkeit, ich glaube. Die mit dem Kazooie-Huckepack-Lauf sogar. Okay. Nächstes Elend. Nein. 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 Lila. Dunkelblau. Pink. Hellblau. Pink. Hellblau. Lila. Ich weiß es nicht. Oh. Lila. Habe ich nicht getroffen. Lila. Dunkelblau. Pink. Hellblau. Pink. Und Lila. Komm schon. Falsch. Was? Nochmal hellblau? Nochmal hellblau und dann Lila. Komm schon, komm schon, komm schon. Schneller. Oh. Glück gehabt, Mann. Das sind die letzten 30 Sekunden. Oh. Ich breche in die Ecke. Ja. Ich will die Energie haben. Welche Aktion der freche Vogel bringt, wenn dieses Melodie, diese Melodie ja klingt. Dudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud für mich nämlich auch diese Schnelllaufaktion sein können. Mit den Turnschuhen. Ja. Oh, Elend, Alter. Das schaffe ich nicht. Wo bist du in Klenkers Käfern durchgeschwommen? Damit der Wahl, Klenker hat mehr Luft bekommen. Mehr Reifen, ein großer Schlüssel. Ja. Meine lieben Freunde. Es ist, wie es ist, ne? Ich werde jetzt hier... Ich habe jetzt hier gesaved. Ja, ich habe jetzt hier gesaved. Ich bin ein schlechter Mensch, aber ich weiß halt nicht, was da kommt. Und vor allen Dingen, wie soll ich an dieser Grunty-Frage vorbeikommen? Das ist unmöglich. Welcher Gegenstand ganz leicht ist an der Treasure Trove Cove sofort erreicht? Rollende Federn. Rote Federn. Okay. Keine Ahnung. Ich habe die Frage nicht mal begriffen. So. Das haben wir geschafft. Das ist geil. Das speichere ich auch kurz. Es ist jetzt einfach so. Vor allen Dingen, ich weiß auch nicht, wie ich an dieser Frage sonst vorbeikomme. Andere schlafen im Bett. Wo finde ich es nachts denn nett? Hatten wir die Frage nicht schon in einem Nagelbett? In einem Mülltonne, habe ich gesagt. Dann sage ich jetzt mal im Schweinestall. Yes, man. Man muss auch einmal im Leben Glück haben, oder? Oh, graus. Meine miese Schwester schwitzt alles heraus. Eigentlich habe ich hier gar nichts gefragt, man. So. Joker. Bäm. Ah, jetzt ist alles offen. Mir langsam hier das Unheil schwant. Das hatte ich nicht eingeplant. Ich strebte nur nach dem Gewinn. Nicht anderes hatte ich im Sinn. Aus diesen Preisen könnt ihr wählen. Ich werde die Treppe hinauf mich quälen. Mich niemals jemand fangen kann. Schaut euch lieber den doofen Abspann an. Ja, und dann gibt es tatsächlich Leute, die gehen nicht da hoch, ne? Kazooie, was meinst du? Welchen Preis suchen wir uns aus? Ich, 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 mich. Wie wäre es mit diesem komischen Ding? Wir könnten auch Tuti mit dem. Die meine ich doch. Kazooie? Benjo, können wir jetzt nach Hause gehen? Ich, ich habe für heute genug Abenteuer erlebt. Klar, lasst uns hier verschwinden. Ja, ich weiß nicht mehr, wie ich Benjo gesprochen habe. Ich habe es gerade vergessen. Ja, das war es noch nicht, ne? Ja, jetzt werden hier noch so ein bisschen die Leute vorgestellt. Und, äh, es ist der Mini-Abspann. Ist aber nicht der richtige Abspann. Da kommt auch noch gleich ein Hinweis darauf, von wegen, wie sieht es denn aus? Wollt ihr Grantilla nicht mal besiegen oder so? Der ist, der ist ja irgendwie noch da, ne? Und, äh, ja. Keine Ahnung, wie man dann darauf kommen kann, dass man mit diesem Spiel schon durch ist. Aber ist auch egal. Ja. Möchte jetzt eigentlich gar nicht groß was sagen, weil es ist noch nicht vorbei, ne? Außer müssen wir auch noch die Cheeto-Seiten holen. Und da freue ich mich ja ganz gewaltig drauf. Das wird das Beste. Tut mir jetzt leid, dass ich da an der Stelle dann, äh, ey, im Zweifel, ich hätte den Safe-State ja nicht mal gebraucht. Krass. So ist das immer, ne? So ist das immer. Wenn man sich dann die Blöße gibt, diesen Safe-State zu setzen, was man ja eigentlich gar nicht will, dann braucht man ihn nicht. Es ist so typisch. Aber, wie gesagt, ich wollte das jetzt auch nicht nochmal machen. Ich weiß auch gar nicht, wie lange der Part geworden ist. Ich habe extra mal keine Stoppuhr gestellt, weil ich mir dachte, okay, brauchst du nicht. Weil wozu, ne? Ist ja ganz klar. Mann, jetzt ist es doch scheiße. Ich will nicht zwei Abspende gucken. Einer hätte es vollkommen getan. Ja. Ist ja gut. Ja, uns steht noch einiges bevor, ne? Grunti, bla und der ganze Kram. Captain Plopper. Ist die Frage, hätte ich... Wäre der dran gekommen als, als, als Frage? Hätte ich den Namen von dem gewusst? Ich glaube fast nicht. Nipper, hätte ich seinen Namen gewusst? Ich bin mir auch nicht sicher. Wobei, wenn ich den Namen gelesen hätte, wahrscheinlich schon. Boah, der Ton ist so fucking laut. Ich muss das mal ganz kurz ändern. Ich weiß, jetzt hält das Spiel kurz an. Ist mir egal. So, das ist auch viel angenehmer in den Ohren, ey. Klenker. Ja, hallo Klenker. Du hast cool. Auch wenn du ein bisschen gruselig aussiehst als, als, als echter Wal. Mit richtiger Haut und so. Tanktum. Mhm. Haut er denn damals auch den Kopf bewegen? Im Level? Du bist hier... Oh, der, Alter. Boah. Ich hasse dich. Mr. Weele. Das war echt ein schwieriges Minispiel. Wahnsinn. Boah, wäre das dran gekommen? Wäre das dran gekommen? Dann hätten wir aber vielleicht echt gelitten gehabt. Aber richtig übelst. Das hätte böse, böse ins Auge gehen können. So, Boogie. Ich werde, ich werde bitte fertig jetzt mit diesem Abspann. Ich möchte Brötchen holen gehen. Ich möchte Brötchen holen gehen. Ja, ich meine das ernst. Das ist mein Ernst. Ich habe mir gedacht, okay. Das Rätselding, das machst du fertig. Und dann holst du Brötchen. Ja. Und es zieht sich jetzt so in der Westliche. Es ist eiskalt. Eiskalt sind die hier. Mann, jawohl. Was ist da? Ganz toll. Ich will den Scheiß hier nicht sehen. Ich will den richtigen Abspann nachher. Oh. Ja. Gibt es noch viele Charaktere? Ne, ne. Das war es auch. Geil, das war es. Das war es nicht. Oh mein Gott. Trunker. Trunker wird auch noch als richtiger Charakter dargestellt. Ja, natürlich. Macht das Sinn. Ne, Trunker war mit der Wichtigste im ganzen Spiel. Ne, das müssen wir auch noch alle Gegner vorstellen. Weil ich meine, die Dinger hatten Augen. Die müssen gefälligst vorgestellt werden. Ja, ja. Ja, kann ich sonst noch was erzählen zu dieser Sache hier? Bevor ich ein abschließendes Statement zum Spiel abgebe. Das ist eigentlich sowieso, wenn man es eigentlich eben klar sein sollte, dass es extrem positiv wird, weil ich Benjo-Kazooie liebe, ne? Gobi, ja gut, Gobi ist cool. Gobi, den lasse ich das durchgehen, dass er hier nochmal einen Special-Auftritt hat und mir meine kostbare Zeit stiehlt. Ich schätze mal, der Part gibt bestimmt eine halbe Stunde jetzt. Auch vor allen Dingen. Klar. Ruby and Toots. Ähm, vor allen Dingen, weil auch jetzt der Mini-Abspann in Klammern, ich glaube, das ist der längere Abspann. Bin mir langsam sicher. Morzant. Ja, Morzant war auch ein cooler Typ. Dann hätten die das echt durchgezogen. Mit diesem schwierigen Modus, ne? Bei Morzant. Also, dass der wirklich das Lied komplett vorspielt und du musst es nachspielen, dann... Tja, weiß ich nicht. Hätten wir das... Weiß ich nicht. Hätte ich mir wahrscheinlich irgendwie einen Zettel machen müssen, alle Tasten drauf und dann die beschriften. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das hätte ich hier niemals geschafft. Seinen Namen hätte ich nicht gewusst. Diesen Namen hätte ich auch nicht gewusst. Logo, natürlich. Hätte ich gewusst. Oh, dammit. Werd fertig, bitte. Werdet fertig. Es reicht. Snorkel ist schon lange tot. Der wurde ja komplett in der Mitte zerfetzt von diesem Anker. Mr. Mumbojumbo, Araka Wacker, Howard Limbo Lincoln, Mr. Mumbo... Ja, die haben schon... Mit den Namen haben sie sich auch schon ein bisschen Mühe gegeben, ne? Das sollte man auch vielleicht mal würdigen. Moment, fertig. Ich hab Hunger. Ich hab da so Hunger. Ja. Dementsprechend. Die Cheeto-Seiten werde ich dann erstmal demnächst machen. Airi. Die Cheeto-Seiten werde ich dann später machen. Also, was heißt später? Schon für euch übermorgen. Aber für mich halt, weiß ich nicht. Heute Abend. Morgen. Ich muss ja erstmal ein bisschen gucken, wo die sind, ne? Weil es wäre doch... Es wäre lustig, wenn ich das jetzt echt blind machen würde. Nach dem Motto, ich spiele das ganze Spiel jetzt eigentlich im Großen und Ganzen nochmal durch. Heilung! Ich will nach Hause, Banjo. Ja, ich auch, Mann. Es geht nicht schneller. Halt! Wir haben eine Karotte ausgelassen. Das wäre erledigt. Wir haben so gar nicht besiegt. Hey, ihr beiden! Lasst uns feiern! Genau! Jetzt steigt die Party! So, jetzt noch kurz die Party hier, ne? Oh, guck mal, die essen, ey! Ich wollte auch was essen. Ja, aber ohne meine coolen Moves hätten sie es nie geschafft. Vorsicht, Freunde! Banjo und ich sind die wachen Helden des Spieles. Was steigt hier denn für eine Party? Die Hexe ist entkommen. Macht dem Grauen ein Ende. Ich habe keine Lust. Und ob du Lust hast, auf in den Kampf. Ich meine, jetzt ist es wirklich eindeutig. Hallo? Und dann landet man sogar hier wieder. Auf dem Weg nach oben zur Hexe. Wie kann man verpeilen, dass das jetzt hier, dass man jetzt... Naja. Ist mir auch egal, Leute. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Wenn wir erstmal die Cheeto-Seiten holen und danach der Hexe-Grund-Helder ordentlich den Arsch versohlen. Wir sehen uns. Bis dann und ciao. Bis dann.